Gedanken zur Tuning-Szene, wie sich High-End-PC-Bereich, Autos, Fahrrad-Enthusiasten und Hi-Fi-Fanatiker doch ähneln. Ich kam drauf, wie ich mitten in den Schrauben hier an diesem Ryzen-PC war und immer wieder so Kommentare einer ähnlichen Art kamen und auch von ähnlichen Leuten. Und wenn man das auf sich hinschraubt, kommt man auf Ideen, wie sich doch die einzelnen Bereiche ändern. Oder auch nicht ändern, also auch im Laufe der Zeit zum Beispiel. Aber wie sie sich auch ähneln. Moment, ein Schluck noch. Bei den PCs. Es gibt so die Menge Menschen, denen ist das Wichtigste, dass der PC ein Fenster hat, RGB-Beleuchtung, die Lichter durchlaufen in der richtigen Farbe. Das ist auch okay, weil ihr habt Spaß dran, ihr steckt Zeit rein, ihr arbeitet durch das und ihr macht das. Okay. Früher war es so, das kennt die meisten von euch nicht mehr, diese Modding-Szene, wie es früher hieß. Ich fand eben den Namen schon doof, weil da kriegst du echt die Motten bei solch... Ja, blöder Wortwitz. Da war es ja auch wichtig, dass man es selbst gebaut hatte. Kauf-Mod war damals ein Schimpfwort. Also wenn man sich sowas, wie man es heute tut, fertig kauft. Das wurde damals geschraubt, gefräst, wie auch immer. Und ich weiß, ich habe mich in einem Forum, ich glaube, das hieß Easy-Mod oder sowas in der Art, ich möchte aber auch niemanden beleidigen, ich weiß nicht mehr genau, habe ich mich mal geäußert, der Art wie, warum seid ihr da so? Irgendwann wird es ganz normal werden, dass man sich dieses farbige Zeugs mit verschiedenen LEDs und bla, also alles, was heute ganz normal ist, wird man das einfach kaufen können. Ihr habt gewonnen, aber jetzt die Leute fertig zu machen, die sich fertige Mods kaufen, damals gab es leider diese, Mensch, wir heißen diese Neopixel, das sind die LEDs, die man einzeln adressieren kann in einer Linie, wo man heute sehr viele schöne Effekte machen kann. Das musste man alles da selber machen. Und ich behaupte auch damals, das war der kreativste Bereich, weil heute ist es ja kreativ, wenn eure Wasserkühlung durchsichtige Schläuche und in einer anderen Farbe hat, als sie der Bauer oder Linus oder Jay-Z verwenden. Das ist dann kreativ, tschakka, go for it. Ist aber okay. Ich sehe es immer so, Geld und Aufwand sind nicht die alleinigen Größen für irgendetwas, was man tut, sondern wie viel Spaß habe ich dafür und wie viel Teil meines monatlichen Einkommens kostet mich dieser Spaß? Also eine Couch für 20.000 Euro kann durchaus okay sein, wenn ihr 200.000 Euro im Jahr verdient und jeden Tag da zwei Stunden da genüsslich feuch hinflötzt. Gut, zurück zum PC. Und dann kommen diese Bereiche, wo wir schon ein bisschen in die Homöopathie abbiegen, so wie diese Wärmeleitpaste ist besser als diese Wärmeleitpaste. Und nach meinem speziellen Auftragsmodus, also Prozessor nach Norden ausgerichtet, mit dieser Spachtel entgegen der atomaren Vorzugsrichtung des Heat Spreaders gebürstet und den Heat Spreader noch um zweimal 45 Grad hin und her verdreht, gibt nachweislich eine Milliarde Grad Kelvin geringere Temperatur des Prozessors, was am Ende in absolut keinem messbaren Leistungsunterschied endet. Auch diese Leute gibt es. Und natürlich gibt es dazwischen, ich, nein, es fühlen sich jetzt welche angegriffen, nein, also, ihr seid alle okay. Also diejenigen, die geschrieben haben, ich verdrehe den Prozessor ein bisschen, um die Wärmeleitpaste zu verteilen, ihr seid alle nicht gemeint. Ich hatte neulich, nee, fangen wir gar nicht damit an. Also, es fühlen sich manchmal auch Leute zu schnell angepisst. Nein, aber es gibt eben auch Leute, die dann da anfangen, einen religiösen Fanatismus draus zu machen. Und das, behaupte ich jetzt, gibt es in allen Tuning-Szenen. Und wir reden jetzt tatsächlich nicht von denen, die sich freuen, wenn sie ein Prozent mehr Prozessorleistung rausholen. Und ja, das ist, das ist aber wie mit den RGBs, also RGB-LEDs und den ganzen Farbgebimsel. Es ist nicht der Sinn für euch, jetzt, ich spreche euch jetzt mal direkt an, für euch ist ja nicht, aus dem einen Prozent, da zieht ihr ja nichts. Aber das ist euer Adventure-Game. Und das ist okay, das ist ja, das ist ja eigentlich sinnvoller, als wenn ihr Mario Kart spielt. Weil ihr versucht, die Logik zu verstehen, ich muss die Prozessorspannung erhöhen, die Frequenz, bla bla, mehr kühlen, bla 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 bla, flüssigen Stickstoff drüber gießen, wie auch immer. Ihr versucht, dieses Rätsel zu lösen, das ist ein Spiel. Es ist okay. Nur, das Ganze wird in dem Moment schwierig, ist auch wie bei der Homöopathie, wenn ihr diese Religion auf andere übertragt. Wenn ich jetzt sage, mir ist alles unter 100 Prozent Leistungssteigerung wurscht. Und unter 20 Prozent überlege ich mir lange, also unter 20 Prozent Steigerung überlege ich mir lange, wie viel Geld ich draufschmeiße. Dann ist da für mich mein Mindset klar. Wenn ihr dann mit sowas kommt, wie da könnte man noch irgendwo ein Promille rausholen, dann sage ich, ey, ich habe festgelegt, was für mich wichtig ist, interessiert mich nicht. Gut. Das war der PC-Tuning-Bereich. Bei Autos gibt es die entsprechenden Leute, nur sie sind anders. Ihr kennt ja alle die Auspuff-Schnüffler, wo irgendwie der Kollege hat voll krass geil neues Auto oder hat irgendwie am Auspuff geschraubt oder Löcher reingemacht. Manchmal hört man den Unterschied nicht. Und alle stehen über das Auto. Und ich gebe zu, ich kann es manchmal tatsächlich nachvollziehen, weil es ist, jetzt muss ich mich vielleicht outen, es ist schon cool, wenn du aufs Gas trittst und du spürst die Beschleunigung. Und es hört sich okay an, weil ich hatte mal, als ich mein, oh, das ist 20 Jahre her, mein Auto in der Werkstatt, es war ein Fiat. Da hatte ich so ein Fiat, wie hieß der, Banketta oder sowas, als Leihwagen und der hat sich angehört wie eine Nähmaschine. Das war furchtbar. Also da war mein damals, ich hatte ein Punto, genau Punto 55 war mein erstes Auto. Und der hat sich besser angehört als dieser Sportwagen. Und da lernt man, dass der Sound eines Motors, finde ich, schon eine Rolle spielt. Aber jetzt bin ich einer von denen, mir ist doch, ich stehe ja nicht außen. Also wenn es sich immer Autoscheiße anhört, ist blöd. Und außen, ich fahre die Leute relativ schnell vorbei. Okay, das ist aber für verschiedene Leute verschieden wichtig. Tuning-Szene. Dann gibt es halt die, die auf Teufel komm raus schrauben müssen. Man merkt, hier ist irgendwo freie Motivation, freie Begeisterung. Und das waren so die, die früher beim Golf GTI die LED-Rückscheinwerfer. Ihr kennt diese Transparenten, oder? Wahrscheinlich kennt ihr das nicht mehr. Die ganz normalen mit Lampball. Das war dann die Zeit, als die LEDs aufkamen. Dann gab es die, die nicht mehr Rot, Gelb und Weiß waren bei den Rückscheinwerfern, sondern eine opake Rückschicht hinten hatten. Und dann erst mit den LEDs farbig wurden. Ich kann es jetzt nicht richtig ausdrücken, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die sahen unheimlich grässlich an diesem Auto aus, fand ich jedenfalls. Und man merkt aber genau, da hat jemand unglaublich viel Geld gehabt. Also im Verhältnis zu dem, was das Auto gekostet hat, weil er etwas dann schrauben wollte, was aber im Nachhinein richtig Mist aussieht. Das sind wie die Leute, die so ganz begeistert in irgendwelchen Internetfilmen, das ist immer meiner Meinung nach, gell, dann erzählen, wie sie ihr Auto tiefer gelegt haben und den Radkasten noch ausgedengelt haben. Und auch hier muss ich jetzt sagen, das ist eine Geschmackssache. Ich habe ja Geschmack, manche andere nicht. Wenn die Reifen im Radkasten verschwinden, jetzt müsst ihr stark sein, sieht scheiße aus. Also wenn, für mich ist es so, wenn der Reifen in Richtung von dem Radkasten geht, wenn man da keinen Abstand mehr sieht, dann, das, das, irgendwie stellen sich mir die Haare auf. Das ist nicht schön. Wer hat euch das eingeredet, dass das schön ist? Also ich, nicht? Ja, okay, jetzt kommen wieder die Physiker. Die, 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 vor der Schwerpunkt. Leute, wenn die Physik für euch das Argument ist, dann dürft ihr nicht mit diesen super Niederquerschnittsreifen auf diesen riesen Fällen rumfahren. Macht euch mal damit vertraut. Ungedämpfte große Masse. Blöde Idee. Vergessen wir das. Ja, und dann gibt es natürlich noch die, in der Autotuning-Szene, die das Allergeilste finden. Und auch das ist jetzt wieder nicht böse gemeint. So, nur ich kann es nicht nachvollziehen, mit mir ans Mikro, Komma, wenn sie dann die Frontschürze vom Blabla R8 auf einen, was weiß ich, VW Beetle, ich weiß, das geht nicht, drauf schrauben, blödes Beispiel, nimmer, vom TTRS auf den TT. Und dann sagen, ist ja cool, ich habe hier die Front, das Front, oder den Frontspoiler vom TTRS auf den TT geschraubt. Und ich gucke mir dir vorher ein Nachherbilder an. Ja, ist ein anderes Kunststoffwerkzeug, kostet 50 Cent mehr, hat eine andere Wabenstruktur, geile Show. For what? Das ist ein Insider-Gag, aber wahrscheinlich ist das, das ist wie bei der Mode. Wahrscheinlich ist es tatsächlich in dem Bereich der Insider-Gag, wie, warum haben manche Autos hinten zwei, also Auspuffrohre links, rechts, manche haben zwei nebeneinander, manche haben zwei in der Mitte. Weil man bei einigen Automarken herauskodieren kann, welcher Motor ist. Der kleinere ist der, also einer, ein Auspuffrohr, kleiner Motor, zwei nebeneinander etwas größerer, zwei nebeneinander, bei manchen dann der V6. Das ist ein Insider-Gag. Weil man ja hinten das Schilderl, wo draufsteht, welcher Motor drin ist, das lässt man ja weg, man ist ja so bescheiden. Witzig. Und dann halt irgendwelche Modifikationen machen, die nicht zum Auto gehören. Ich habe auch schon mal so Vorher-Nachher-Bilder angeguckt und habe erst mal den Unterschied gar nicht gesehen, weil ich bin Heide. Heide? Ja. In dem Fall bin ich Heide bei dieser Autoreligion. Weil irgendetwas sieht scheiße aus oder nett. Aber es gibt auch Modifikationen, muss man jetzt aussagen. Und sagen, ey, was hast du aus dem Auto gemacht? Das ist ja geil. Also vorher langweilige Kiste, jetzt. Aber nicht viele haben diese Art von Geschmack. So, und jetzt haben wir den Autobereich verlassen. Hier sind wir noch in dem Bereich gewesen, wo man sich erstreiten kann. Gefällt es mir oder gefällt es mir nicht? Aber es hat eine Auswirkung. Und witzig finde ich dann, auch wenn ich keine Ahnung vom Fahrradfahren habe. Na gut, ich kann fahren, aber. Wenn man denen manchmal zuhört, die überzeugten Rennradler, dann hört man sich das an mit dem Carbon, blablabla, blablabla und weniger Gewicht. Und okay, das klingt spannend, ne? Also was man da alles machen kann, wie viel Geld das kostet, wie man sich, dann kann man sich Bremsanlagen und alles so konfigurieren. Super. Und dann, okay, und dann so ein halbes Jahr später kommt, also wenn du da fragst, wie geht es denn am Radl? Ja, aha, voll der Burner, ne? Ich habe noch alle Schrauben, die waren vorher blablabla. Die habe ich jetzt gegen blablabla getauscht. Das bringt mir jetzt nochmal 50 Gramm. Ja, ich übertreibe es nur schwach, gell? Ja. Homöopathie. Er versteht, was ich meine, ne? Und dann zur Krönung der schönsten Stunden, wenn man dann noch mit einem Hi-Fi-Freak am Tisch sitzt. Das hat sich jetzt bei mir zum Glück ein bisschen zufällig irgendwie wieder verlaufen, aber da merkt man eigentlich die Verzweiflung. A la die Industrie, die einen hochpreisigen Markt bespielen möchte und der Leute, die einfach, ich will basteln, dann fangen sie an, Kondensatoren in diskret stehenden, nicht diskret aufgebaut, diskreten digital-analog-Wandern zu wechseln, weil das sind die Besseren und die klingen besser. Was durchaus sein kann, ist nur die Frage, ob man es hört. Messen kann man es vielleicht, aber okay. Gegen Vibrationen natürlich die Sachen auf Spitzen- und Dämpferstellen. Warum vibriert euer Verstärker? Bei Schallplattenspielern habe ich es noch kapiert und bei CD-Playern. Aber dein AV-Receiver? Ernsthaft? Ja, und dann natürlich die spezielle Steckdosenleiste mit den guten Filtern. Ich habe mir das noch nicht getraut, so ein Ding zu kaufen, weil zu viel Geld und ich glaube, danach werde ich eine Unterlassungserklärung unterschreiben müssen, weil ich glaube, das Urteil wird ziemlich klar sein, wenn ich so ein Ding zerlege. Ja, und das kommt, der letzte Punkt, und damit will ich dann auch abschließen, das ist dann die Krönung, was uns zwischendurch versucht wurde zu verkaufen. Ihr kennt doch die optischen Tosslink-Kabel, gibt es noch. Kommt ein bisschen wahrscheinlich aus der Mode, aber ich bin in dem Hi-Fi, High-End-Bereich nicht mehr drin. Und dann die abgeschirmten Tosslink-Kabel. Das muss man sich mal geben, weil die sind ja besser. Bei den abgeschirmten oder besser abgeschirmten, vergoldeten, digitalen SP-Diff-Kabeln. Okay, ist schon Quatsch, meiner Meinung nach, aber hier kann man wenigstens rein physikalisch sagen, nein, das Signal ist ein kleines bisschen anders, vielleicht ist die Fehlerkorrektur da, reagiert ein bisschen, gibt ein bisschen mehr Chitter. Aber abgeschirmte Tosslink-Kabel, das ist wirklich dann der Gipfel. Und da merkt man, wie genial sich Angebot und Nachfrage treffen, wenn Reiche, ich formuliere um, wenn Deppen mit zu viel Geld auf Marketing-Kasper treffen. Und an dem Punkt haben wir es dann erreicht, wo das Wort Tuning, Feintuning und das Letzte rausholen, die Schwachsinnsgrenze, die aber nach oben hin offen ist, durchbrochen hat. Tja, das war's für heute. Wenn ihr noch andere Videos dieser Art gucken wollt, dann könnt ihr da gucken, da schlägt euch der Hausherr noch ein paar Videos vor, die passen zu eurem Interessengebiet. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bis zum nächsten Mal.